Neben schwarzhaarigen kleinen Mädchen und Puppen sind unheimliche Gemälde wahrscheinlich das beunruhigendste, was Horrorfilme zu bieten haben. Grund genug für die Entwickler von Layers of Fear, ein ganzes Spiel zu diesem Thema zu entwickeln und das Ergebnis mit einer Prise Geisteskrankheit zu garnieren. So ein Spaß. Es hätte so schön sein können. Victor lebt als gefeierter Maler mit seiner Familie in einem wunderschönen viktorianischen Herrenhaus, umgeben von Kunst und Kultur. Doch nach einem verheerenden Unfall verliert er alles. Zu Beginn des Spiels finden wir uns als Maler völlig allein und mit Holzbein in der Villa wieder. Was ist passiert? Auf der Suche nach Antworten streifen wir in Schrittgeschwindigkeit durchs Haus und erkennen langsam, dass wir vielleicht nicht ganz unschuldig am Verschwinden unserer Bilderbuchfamilie sind. Neben Gattin und Nachwuchs scheinen wir nämlich auch unseren Verstand verloren zu haben. Trauer, Alkohol und eine nicht diagnostizierte Schizophrenie machen den Spaziergang durch das Anwesen zu einer Mischung aus der legendären PT-Demo und einem Stephen King Roman. Auf den ersten Blick scheint alles ganz normal. Aber irgendetwas stimmt ganz und gar nicht. Beispielsweise tauchen auf einmal Bilder hinter uns auf, wenn dort eigentlich eine Tür sein sollte. Und der Raum, der vorher so gemütlich von einem Kaminfeuer erhält wurde, wird zu einer halb verfallenen Kammer inklusive Poltergeist. An der Szene selbst ist eigentlich wenig bedrohlich. Schließlich jagt uns niemand mit einer Bluttriefel und Axt durchs Haus. Aber normalerweise entwickeln Rollstühle auch kein Eigenleben. Normalerweise werden Bilder auch nicht von seltsamen Teertentakeln überwuchert. Diese Unsicherheit verursacht Unbehagen. Jedes Mal, wenn wir uns umdrehen, könnte die Umgebung eine völlig andere sein. In Layers of Fear könnte ein Knacken im Gebälk nur eine Halluzination sein. Oder es ist der rachsüchtige Geist unserer verschwundenen Frau, nur Zentimeter von unserem Gesicht entfernt. Je weiter der Künstler in seinen Wahnsinn abdriftet, desto extremer werden die Ereignisse. Was mit einer flackernden Glühbirne beginnt, endet mit schaurig verunstalteten Bildern, Labyrinthen aus mit schwarzem Teer verstopften Fluren und jeder Menge wirklich gut inszenierter Schockelemente. Ein Großteil der Spannung entsteht in Layers of Fear jedoch unterschwellig. Wir verbringen sehr viel Zeit damit, Schränke und Schubladen zu öffnen, dort nach Hinweisen zu suchen, Bilder zu betrachten und Zeitungsartikel zu lesen. Das ist an sich keine spannende Aufgabe. Dass wir als Spieler trotzdem angespannt auf der Sofakante sitzen bleiben, liegt auch an der großartigen Soundkulisse. So unangenehm die verstörenden Bilder und surrealen Kulissen auch sein mögen. Ohne die Musik wirkt das Spiel in großen Teilen wie ein Rundgang durch ein avantgardistisches Museum. Mit den Geräuschen baut Layers of Fear eine Spannung auf, die komplett ohne abgetrennte Gliedmaßen, Zombies oder Dämonen funktioniert. Wir haben konstant das Gefühl verfolgt zu werden, obwohl niemand da ist. Zumindest meistens. Layers of Fear ist nichts für Slasher-Fans, die von einem irren Killer gejagt werden wollen. Wer sich aber, am besten mit ein paar Kopfhörer, auf die Atmosphäre einlässt, wird sechs Stunden lang auf Trab gehalten. Das Haus hat viele detailreich gestaltete Räume, die Rätsel sind teilweise sehr anspruchsvoll und die Geschichte um den Maler und seine Familie ist ebenso spannend wie tragisch. Wer Kunst bis jetzt immer eher langweilig gefunden hat, wird sie nach Layers of Fear mit anderen Augen sehen.